youtube grüße euch schön dass ihr eingeschaltet habt ja wir haben jetzt soweit auf dieser map hier alles schaffen können was war was war hier erledigen können jetzt ist es soweit dass wir die map erweitern müssen also auf eine zweite map um von dort aus aufträge auch hier abzuschließen hier auf dieser map aber müssen auf der anderen map teile holen und auf der neuen map wo wir jetzt gleich hinfahren werden wollte ich euch natürlich mitnehmen gibt es natürlich weitere aufträge und so weiter und so fort deswegen würde ich gar nicht sagen schnacken nicht so lange sagt die engine und die isla russo wieder mit dabei im moment zimmer den den haben also ein bisschen korb durch den schönen lkw hier seht ihr links hier neben der gefällt mir auch will ich auch haben quasi ja genau ehrlich doch auf auf auch das sieht aus wie eine maut stelle hier so und jetzt muss ich hier 10 drücken und dann reisen wir in die nächste map und leute ist die geil aus hier nehme ich natürlich da jetzt als sammel mit ok bis welt talsperre herrlich zack la russo ist gleich mitgekommen und ja jetzt muss ich mal ein bisschen anhalten und muss erst mal auf dem map gucken wo sind wir denn hier überhaupt so da habe ich schon mal ein logistik zentrum ja rechts rum scheint um zu sein links rum und aus zu sein leute die map ist auch nicht klein wird spaßig werden würde ich sagen fahren wir ich muss ja noch die anderen fahrzeuge her holen beziehungsweise glaube ich sollte mir erstmal gucken ob wir die garage irgendwo finden der lausso fällt mal vor der kennt das ja alles schon ja wir sind alter haze hier in snow runner ja snow hieschen später wie ich angefangen mit dem game ja und schon michigen voll durch hat gerade frisch angefangen auf der nächsten tour atlas nicht nicht anders als gar alaska da ich euch wie es ist wenn einer der es geben sucht wird dann er ja ist aber auch toll weil mich freut das ja endlich einer mit dem ich hier zusammen so ein game zocken kann werkstatt entdeckt das ging ja easy also rein in die werkstatt so und dann kann ich ins truck lager gucken und wie ihr seht sind nur die die eingelagert sind auch hier die anderen stehen noch drüben erklär ich dir wie das jetzt geht bist du jetzt in der werkstatt ich bin jetzt in der werkstatt ja drückst du m ja siehst du die karte dann drückst du g wie gustav für die globale karte ja klickst jetzt wieder auf black river ja dann hast du jetzt die karte von black river ja dann hast du ganz oben links diese karte ja michigan alaska siehst du schon die 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 black river karte nein hast du drauf geklickt auf black river dass die aufgeht werkstatt öffnen oh ich glaube ich bin jetzt rüber gesprungen genau so ja kannst du oben hast ja wieder die reiter objekte aufträge ja und aufgaben da hast du ganz vorne bei objekte hast du ja auch gebäude werkstatteingang ja und da klickst du dann drauf mit enter und dann bist du dort in der werkstatt ja und kannst dann da deine ganzen lkws habe ich schon eingelagert ins trucklager holen ich weiß nicht ob du noch draußen stehen welchen hast nein nein genau und dann machst du jetzt praktisch wenn du allem trucklager hast dasselbe spiel wieder auf die karte g wie gustav die globale karte wieder auf smitheltal sperre ja in den werkstatteingang rein habe ich genau ja und dann habe ich meine ganzen fahrzeuge hier im lager alles klar das ist ja easy sehr guter tipp sehr guter tipp ja dann würde ich fast sagen ich schnapp mir jetzt mein scout dann gehst du ein bisschen die welt erkunden und geh mal ein bisschen die welt erkunden genau so nehmann den sherry mit ah der ist schon komplett ausgestattet da brauchen wir nichts mehr dran machen ich schnapp mir einfach mal ein bisschen die welt erkunden ne 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 ich gerade eben vertan weil die werkstatt vom vom aufbau ja herr gleich ist wie die wie die drüben hatte ich mich gerade eben ein bisschen erschrocken dass ich wieder auf der auf der anderen map bin aber den ist ja auch nicht so wovon wir mal lang wir könnten jetzt hier hier gleich den trampel fahrt nehmen ja den nehmen wir auch ich fahre mal hier links rein oh da sind Poller vor ok wahrscheinlich müssen wir hier runter und sagte doch hier runter hier lang sehr schön Das sieht nach einem Plan aus. Ja, entdecken so eine Karte ist das A und O. Neue Missionen entdeckt. Ja, das ist das A und O. So, dann haben wir den ersten Beobachtungsturm. Jaha. Upgrade-Standort entdeckt. Ah, hier ist eine Straße mit Steinschlag. Wir würden jetzt gucken, dass ich einfach hier runterfahre und dann hier den Wachtturm freischalte. Ich würde aber auch gucken, dass ich mir gleich das Upgrade hole. Und dann zum Wachtturm. Ja, da ist ein Plan. Oh, vielleicht sollte ich die Kanne einfach leben lassen. Ja, die war zu dick, ja. Dann sollten wir mal ein bisschen aufpassen. Oh, wir haben eine riesige Spitze hier. Mal schön sachte rein. Dann aber Vollgas. Hier an der Seite wieder rausaseln. Das ist aber nichts für große, schwere LKWs. Gleich schon eine Aufgabe beendet hier. Belarusso fängt gleich an. Aber das ist ja eben das Schöne im Korb. Man kann eben zusammen fahren und auch Maps entdecken beziehungsweise. Belarusso als alter Hase hier. auch schon mal so ein paar kleine Dinger hilft mir natürlich auch, um ein bisschen voranzukommen. Klar zeige ich euch gerne so viel wie es geht, aber ich bin ganz ehrlich, alles geht halt eben nicht. Wenn wir mit dem Auto nach Hause kommen, gibt es aber Schimpfen von Mutti. Erstmal 20 Liter Schlamm auf der Ladefläche. Herrlich. Und landschaftlich ist das aber auch schnickig, ja. Oh. Übrigens Leute, ich habe gerade gesehen, wir haben die 30 Abonnentenmarke erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Oh. Oh, 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 oh. Nichts gut. Hier müssen wir mal ein bisschen zu Cipiano machen. Lassen wir mal einlegen. Trotzdem hier hoch, aber eben nicht mit voller Gewalt. Ei, 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 ei. Oh, ist das geil. Hammer. Wir haben ein Upgrade. Und zwar AATV. auch. Verfügbar für den aktuellen Truck. Sechszylinder. Gut. Haben wir einen neuen Motor freigeschaltet. Wobei ich glaube, dass wir schon den dicksten drin haben. Ähm. Aber. Nice. Es gibt immer unterschiedliche Motoren. Ja. Es gibt welche, die sind so auf Leistung getrimmt. Ja. Ähm. Und dann gibt es halt auch welche, die mehr Geschwindigkeit mäßig halt. Ja. Also man baut dann halt dementsprechend, was man halt macht, baut man dann halt auch so mal ein bisschen sein Auto um. Anpassen. Ja. Ja, genau. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Man. Äh. Also wie du zum Beispiel vorhin ja bei der einen Mission gemacht hast, den, äh, bei der Farm diesen Sheffy da rausgezogen. Ja. Da ist natürlich einem der Spritfupperrauch und Geschwindigkeit total egal. Ja. Und da geht es halt wirklich um Leistung. Um Kraft. Ja. Genau. Und jetzt zum Beispiel Leute hier in so einem Gelände, äh, da braucht ihr auch nicht Geschwindigkeit. Sondern hier braucht ihr Hingerspitzengefühl. Und halt ja auch Leistung, damit ihr solche Steigungen und so hoch kommt, ne. Aber. Ja. Ja. Wie gesagt, äh. 30 abonnen das gefällt mir natürlich sehr gut ich glaube ich werde über die 50 erreichen wenn wir mal so ein kleines event machen oder so ein special so wir fahren jetzt hier noch mal hin wenn wir hier rechts rum rein fahren aber auch weg okay das wäre der weg zur farm wahrscheinlich irgendwo dahinter muss der wachtraum liegen und da wollen wir hin die fragen also der zuweg zu der farbe ist ja völlig überflutet ja 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 genau den auftrag haben wir auch angenommen ja genau immer wo du dran vorbeifährst ist aufträge gleich annehmen dass du die in der liste schon heißt dass du nicht nochmal extra da hinfahren muss genau das habe ich mir nämlich auch nach einer gewissen zeit angewöhnt ja ich habe mir das gemerkt und das ziehen wir jetzt auch so durch weil du kannst ja danach trotzdem sagen okay verfolgung stoppen genau genau du kannst das dann irgendwann wieder aktivieren weil ansonsten stehst du irgendwo und bist irgendwo in der Nähe wo du was abgeben könntest ja aber du hast die aufgabe noch nicht angenommen genau das ist dann immer ärgerlich das ist dann immer ärgerlich ja da musst du nämlich da wieder extra hinfahren zum einnehmen da hast du vollkommen recht ja so wie gesagt ich mache schon mal ein paar missionen um die brücken zu bauen und sowas ja und irgendwelche sperren außenweg zu räumen genau die die karte gangbar machen das ist etwas was ich jetzt auf der letzten map eigentlich auch so gelernt habe alle alle wege alle dass man eben vorankommt dass man sich auf der map bewegen kann das ist das a und o und o war hinter der kuppe ich könnte doch nicht eins sehen dass wir hier in so einem felsgeröll hier landen nein nein den weg fahre ich nicht fahre jetzt hier lang neue missionen entdeckt sehr schön dann sagt er guckt euch mal die federung an leute geil ist das ja das was so knatter dass man ein lenkrad ich bin am endanschlag das mag das lenker nicht so juhu wie das jetzt hier schlag auf schlag tag und da haben wir wieder in den neuen dings auch mich habe ich gerade gesehen ist ein richtiger stau dann das ist ja toll so haben wir wieder was freigeschaltet holzstation haben wir freigeschaltet ein upgrade haben wir freigeschaltet der alte bill die farm haben wir freigeschaltet und jetzt komme ich so langsam aber sicher ich könnte jetzt hier weiter fahren bin mir aber nicht sicher lieber zur farm fahren sollten und dann hier hoch und wir müssen ein bisschen den tank im auge bei hast du bestimmt noch ein gepäckträger drauf oder ja den kleinen aber nur ne ach okay der größere kommt erst noch glaube ich ja den den kann ich erst fragen ich bin jetzt übrigens auch level 10 ab 10 gibt es ketten im gesicht kennst du das nicht wenn man früher als kind zahnspange gekriegt hat und dann die anderen immer gesagt haben nach hast du deine schneeketten jetzt aufgezogen war ich ja froh als kind dass ich sowas nicht brauchte das einzige was ich früher als kind hatte tatsächlich das war so einen zum rausnehmen ja so ja die musste ich abends rein machen nach dem zähneputzen und dann über nacht drinnen lassen und morgens dann wieder raus und dann kam die in so wasserglas mit seiner pause tablette fünf minuten und dann kam sie in meine apfelbox das war so eine box in in apfelform die stand dann bei mir auf nachtschrank damit ich die dann abends wieder rein machen konnte ich glaube ein halbes jahr oder so muss ich die nachtschrank einen auftrag an ja gut ich gucke nämlich gerade wie ich jetzt hier am besten ja ich glaube ich mache das auch so fahr jetzt hier wir haben ja nun mal einen offroader benutzen wir den auch dann fahren wir jetzt hier offroad na leute ich sehe gerade die folge sollte eigentlich gleich zu ende gehen aber immer noch ein bisschen special ja wir haben gute laune heute will eng mal ein bisschen was dann ist ja auch eine neue map sollte man ein bisschen mehr gucken mit wir fahren jetzt mal zu fahren dann den haben wir schon angenommen den auftrag äh ich will jetzt zur farm ich will hier den den das hier oben das will ich annehmen äh alten bild komm das kriegen wir jetzt das machen wir auch noch gemeinsam hier ja aber schön wäre es ohne oh hier geht es aber steil runter oder die welt nein 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 dann sagt nein nicht umfallen scheiße ich denke ich hier zwischen zwei bäumen fest herrlich doch jetzt ach ja je kinders habt ihr das wildschweig rein aus dem busch laufen sehen hat mir glatt den vorderreifen hochgezogen aber guck mal was ich habe naja ich habe eine autonome winde eingebaut hehehe ja die macht natürlich Sinn ja komm ich bin noch nicht dahin ach da ja ja wäre ganz schön wenn wir uns wieder auf die reifen stellen könnten ich glaube nicht da raus ja 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 man muss auch mal ein bisschen glück haben im leben aber am besten jetzt nicht gleich wieder auf die nase legen ach herrlich geschafft ich habe mich wieder aufrichten können ja Gott sei Dank so ich habe mal gesagt hier lang hier lang hier lang oeeh oeeh das der da nachtanken ja viel war es nicht mehr was hat gereicht ich dann machen ach so das lobt der weg sind sind rechts von uns zu gehen weg auch kommt das schaffen wir hier der eis ich hätte es aber auch gewundert ok komm her Ich bin mit dem Weg. Uh-huh. 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 Hallo. Zack. Aber wieder eine neue Aufgabe. Ja, Leute, schönen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge gestartet. Ziemlich genau hier. Oder wir gucken, was so interessant ist. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Also, Daumen hoch. Supportet das ganze Ding, wenn ihr weiter Bock habt. Und ansonsten bleibt gesund. Den Donner ist raus. Ciao. 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 Ciao.